So, ich bin zurück und ich bin kein Stückchen schlauer geworden. Echt jetzt. Das scheint ein Bug zu sein, wirklich. Was? Ach nö, nicht das schon wieder. Das hatten wir doch schon. Ja, ich weiß nicht. Dadurch komme ich eigentlich auch nicht weiter in dem Spiel und es hat einem im Grunde keinen... Upsa. Ja, lass ich dich halt so aussehen. Bam! Können die jetzt überhaupt noch mit Bällen werfen? Haben die jetzt überhaupt noch welche? Ey, keine Bälle. Cool. Bam! Das macht dann doch irgendwie keinen Sinn, oder? Warum spiele ich dann gegen die, wenn die eh irgendwie keine Bälle haben? They got no balls, würde ich da mal sagen. So, bämms. Dann hätten wir die wieder, aber es bringt uns doch nicht weiter. Was kommt jetzt? Oh! Da kam ein Muffin. Bringt uns dieser Muffin vielleicht weiter, ansonsten muss ich hier das Let's Play beenden. Das ist so. So. Kann ich dich irgendwo noch hinschleudern, wo du landen kannst? Ich wüsste nämlich gerne mal, mir fehlen ja immer noch drei solche Punkte, wo ich diese Typen hinschleudern kann. Und das wäre schön, wenn ich die noch finde, bevor es zu Ende ist. Na ja, erstmal, nö, hier nix mehr. Oh no! Ja okay, dann suchen wir uns einen anderen. Von diesen Bruchpiloten. Wumm. Wumm. So, den kennen wir schon. Der will mit uns nur blöd spielen. Hier haben wir alle Sterne eigentlich schon. So. Dann ab, wieder zurück in die eigentliche Stadt. So. Wumm. Wumm. Da waren ja auch noch welche. Also da war auf dem einen Dach war noch so ein, so ein, da oben. So. Da ist er ja. Da ist er ja, der Freund. Ach, da ist er ja. Da klickt, ja, los hier. So. Jetzt nehme ich dich nochmal hoch. Und ich hoffe, ich finde noch irgendwo einen Punkt, wo ich ihn hinsetzen kann. Also da die Richtung war alles, oder? Nochmal gucken, sicherheitshalber. Du, 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 du. Mach hin, du. Sonst fliege ich mit dir da rein. Und dann heißt es Banditen gegen Soldaten. Ho, ha, ha. So. 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 Äh. Äh. Da geht es nicht weiter. Scheiße. Aber trotzdem, man kann ja mal gucken. Man kann ja mal. Es geht ja noch ein Stück. Nö, jetzt geht es nicht weiter. Boah. Oh mein Gott. Ich habe sogar einen Goldstern dafür gekriegt. Cool. Somewhere beyond the sea. Du, du. Du, 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 du. Äh. Sieht nicht so aus, als wäre hier noch irgendwo was, wo ich drauf landen könnte. Dann verstehe ich es auch irgendwie nicht. Hm. Da hinten vielleicht. Ganz weit dahinter. Nö. Sieht nicht so aus. Da habe ich mich wohl getäuscht. Ach, Mann. Ach, ey. Wo sind denn die? Das sind doch nur noch drei. Komm. Irgendwo musst du hinkommen können, wo... Wo andere nicht hinkommen. Oder so. Hm. Nö. 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 Ach, nö. Na, aber wirklich, hier ist nichts mehr. Deswegen verstehe ich nicht, wieso habe ich da noch... Äh. Ich wollte auf dem Fass landen. Verdammt. Ich bin nicht auf dem Fass gelandet. Ich bin halt so schlecht. Ich bin halt auch so schlecht drauf. Ich weiß nicht, warum. Also, irgendwie... Pff. Äh. Äh. Was will ich auf das Haus? Da drüben ist der Springer. Ja. Wuh. Ich sollte erst mal frühstücken. Das wäre vielleicht eine Idee gewesen. Na, nun ist es zu spät. Ha. So. Nein. Hä? Hä? Bin ich jetzt ganz bekloppt geworden? Ach, da ist er. Da ist er, ja. Ha. Mann, bin ich heute wieder verpeilt. So. Hä? Hoch mit dir. So. Irgendwo muss es doch noch was geben. Da vielleicht. Nö. Nö. Nicht mal ansatzweise. Das Ding haben wir schon. Hm. Hm. Mann, no. Es sind doch nur noch drei so eine Felder, die ich... kriegen muss. Ne. Hier ist nix. Das nö. Ah, aber ich bin auf einem Flamingo gelandet. Juhu. Aber trotzdem. Wohin muss ich denn noch? Oder ist hier irgendwo ein ganz geheim versteckter von denen? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Und ich frage mich, ob diese Türen da hinten, ob die noch aufgehen oder ob die nicht aufgehen oder ob die nur da sind, damit sie eine Absperrung haben. Aber ich glaube eher nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. So. Auch nix. Ohoho. Ich hab so viele... Ich hab jetzt schon so viele Soldaten in die Depression gestürzt. Ich lass es lieber. Ne, aber... Denn... Ich kann mir halt nicht mehr vorstellen, wo ich noch hin soll. Wo es noch welche gibt. Wo... Vielleicht da drin. Wo ich ja eigentlich auch meinem Pferd lang kann. Wenn ich mir das mal schnell geholt hätte. Apropos... Wer hat da macht... Da hab ich doch grad ne Idee. Das haben wir ja auch noch nicht probiert. Na dann. Zack, zack, zack. Und... So. Uuuuhu. Los. Komm raus. Oh. Da kam's raus. Geflutscht. So. Und jetzt. Zack. Ohohoho. Schön. Ist es jetzt schneller? Nö. Aber trotzdem. Coole Sache. Sehr coole Sache. Und hoppa. Yay. So. Wir sind auf einem großen Pferd. Wir könnten auch auf einem kleinen Pferd reiten, wenn wir wollten. Würde ich jetzt mal so behaupten. Muss man aber nicht. Kann man. Muss man nicht. So. Hier ist auch nix. Ach ey. Dann hab ich echt keinen Plan, wo es noch weiter gehen soll. Also. Wo ich noch was tun kann. Hä? Hier geht's ja gar nicht weiter. Geile Sache ey. Ich find's langsam nicht mehr lustig. Ich find's überhaupt nicht lustig. Ich mach jetzt hier schon seit Ewigkeiten eigentlich nix. Gar nix. Und wenn er so weiter geht, dann wird das auch nix mehr. Was? Wenn ich hier lang gehe, dann komm ich hier durch. Und wenn er so weiter geht, dann wird das auch nix mehr. Und wenn er so weiter geht, dann wird das auch nix mehr. Und wenn er so weiter geht, dann wird das auch nix mehr. Und dann reicht's mir. Dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Dann muss ich halt sagen, das ist bis auf weiteres beendet, das Let's Play. Und das wär gar nicht mal so schlecht, weil ich hätte da noch ne andere Sache, die ich aufnehmen könnte. Und die macht mir nicht so viele Probleme beim Rendern. Von daher. Haha. Vum. Naja, okay. Wir können noch schnell mal gucken, was passiert, wenn wir unseren kleinen Bullseye hier, äh, unseren großen Bullseye hier klein machen. Das will ich ja auch noch wissen. So. Oh, ist das süß. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Tut das nicht weh? Ja, hau ihn noch drauf hinten. Alter, das ist so fies. Aber wie schnell er so sich bewegt, das ist schon geil. Vum, vum, vum. So, ich wollte ja eigentlich mal hier noch hoch. Vielleicht ist da ein Falschumspringer versteckt gewesen, aber ich glaub eher nicht. Hm. Und dann hätte ich ja eigentlich alles abgesucht. Und wie gesagt, das mit den Townspeople-Viechern, das scheint ja nicht ganz so zu funktionieren, wie es soll. Ich hab ja die Kapseln und ich hab sie auch probiert. Ich hab alle möglichen probiert, sogar die, die nicht mal ansatzweise so aussehen. Und es hat nichts gebracht. Gar nichts. Das ist das größte Verarsche hier. Das kann doch wohl nicht sein. Und ein Patch ist auch nicht draußen, der das vielleicht beheben würde. Nein, ich hab nachgeguckt. Ach. Hier ist auch nichts. Das bedeutet für mich, ich bin fertig mit der Welt. Äh, 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 ihr könnt mich nie aufhalten. Äh, boing. So. Na, okay. Dann. Dann muss ich leider sagen, hiermit ist das Let's Play dann vorerst, oder vielleicht auch ganz, ich weiß es noch nicht, beendet. Ja, tut mir leid. Obwohl, muss es vielleicht gar nicht, weil das war jetzt eh langweilig alles. Also, von daher, man sieht sich bei meinem nächsten Projekt. Bis dann. Ich weiß nicht, wie ich das war. Ich weiß nicht, wie ich das war. Ich weiß nicht, wie ich das war. Ich weiß nicht, wie ich das war.